Ich bin zufrieden, weil auch meine Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat. Nach dem Kiel-Spiel, wo sie viel Häme hat, wieder einstecken müssen, weil es ja die größte Schande war, dass wir dort verloren haben in Kiel. Eine Woche lang gefühlt, werden hier Spieler diffamiert, nicht kritisiert, werden diffamiert. Und dann eine Mannschaft und Spieler, die mit Herzblut für diesen Verein, wirklich mit Herzblut für diesen Verein hier, jeden Tag trainieren, jeden Tag sich den Arsch aufreißen. Musst du ein Einzelgespräch immer wieder aufbauen. Hört mir auf mit der Erzählerei, das sind Profis und das ganze Gequatsche. Das sind Profis, das weiß ich, das sind aber auch Jungs, die eine Seele haben. Was hier ab und an immer wieder auf die Jungs einprasselt, das ist unfassbar. Das ist nicht die Eintracht, die ich kenne. Seit Jahren. Und heute spielen wir gegen Aue, wo du weißt, diese Mannschaft wird dir mit Sicherheit extremes Herz zeigen, nach einer für sie, für den Verein anstrengenden Woche. Und du weißt, dass es ein schweres Spiel wird. Und muss mit Leben, dass seine Jungs bei dem ersten technischen Fehler ausgepfiffen werden, dass Helme über sie ausgeschüttet wird. Und muss mit den Jungs kämpfen und arbeiten. In der Kabine aufbauen. Und Hendrik Zug, ich frage mich, was der Junge hier verbrochen hat, dass man so über ihn bei jedem Ballkontakt sich lächerlich macht. Und Ero Statschein macht sein erstes Pflichtspieldebüt. Sein erstes Pflichtspieldebüt macht er hier. Macht mehr als ein ordentliches Pflichtspieldebüt. Macht einen Fehler. Fängt dieses Stadion an zu lachen. Das ist meine Mannschaft und ich verteidige meine Mannschaft bis zum Schluss. Das ist Fakt. Sowas kotzt mich an. Und nicht nur heute. Wir machen alle irgendwann mal Fehler. Aber keiner von uns stellt sich hin und spielt den Sonnenkönig und sagt, dass wir fehlerfrei sind. Dass wir nichts damit zu tun haben. Die Mannschaft ging extrem hart ins Gericht mit sich nach dem Kielspiel. Aber das ist nicht gut genug. Nee. Häme, Ausschütten. Das ist die größte Schande, dass du in Kiel verlierst. Das ist die größte Schande, dass du hier im Zweitligaspiel gegen Erzgebirge Aue nur unentschieden spielst. Nur 1-1. Am vierten Spieltag. Am dritten Spieltag. Das ist eine Schande. Das können wir eine Woche lang schreiben, können wir machen, können wir tun. Können wir wieder sagen, oh Liebergen ist wieder durchgedreht. Nein. Das hat was mit Herz zu tun. Das hat was mit zu tun, dass man sich jeden Tag, von morgens bis abends, nachts, immer wieder den Arsch aufreißt. Und ich weiß, dass es viele gibt, die uns unterstützen. Aber mittlerweile gibt es mehr, die uns nicht unterstützen. Die nicht für ihren Verein da sind. Und das hat Aue heute vorgemacht. Wenn man für einen Verein komplett da sein kann. Als Mannschaft und drumherum. Definitiv. Deswegen bin ich zufrieden. Deswegen kriegen die Jungs auch von mir zwei Tage frei. Weil sie es verdient haben. Ich glaube, das war nicht so.